Musik Irgendwie bin ich auf diesen Beruf als Fleischfachfrau gekommen. Dann gehen wir den mal schnuppern. Dann habe ich gesehen, dass es vielseitig ist. Ich bin jetzt gerade bei der Verarbeitung drin. Für mich ist es im Gegensatz zum Detailhandel etwas ganz anderes. Man hat verschiedene Dinge, die man machen muss. Ich finde es einfach fasziniert am Anfang. Musik Jetzt hier beim Webbewerb bei der kalten Platte ist sicher wichtig die Sauberkeit am Arbeitsplatz, generell die Hygiene. Dann gibt es ganz viele kleine Sachen. Wir schauen, ob alle Artikel gebraucht werden, wegen der Wirtschaftlichkeit. Wir schauen, wie exakt die Lägetechnik sind. Wie innovativ sie sind. Auf dem ersten Rang und damit die Schweizer Meisterin im Platteweck mit den Lärmenden im Jahr 2018 ist Arjan Eschlimann. Applaus Ich bin jetzt für die Lärmenden im Jahr 2018. Ich bin jetzt für die Lärmenden im Jahr 2016.